Ich könnte erstmal ein Interludium machen, denn eigentlich wollte ich keines von diesen Büchern besprechen, sondern ganz anderes. Ich habe mir von Rana Ahmad, habe ich mir das Buch besorgt, Frauen dürfen hier nicht träumen, mein Ausbruch aus Saudi-Arabien, mein Weg in die Freiheit. Das habe ich mir besorgt, ich folge auf Twitter einer Gruppe von säkularen Ex-Muslimen, die dafür kämpfen, dass endlich die Ex-Muslime in Deutschland eben halt auch anerkannt werden für das, was sie machen und die Rana Ahmad, da ist jetzt dieses Buch am 15. Januar auf Deutsch erschienen, ich habe es besorgt, ich habe es mir hingelegt zum Lesen und dann ist es leider mir geklaut worden. Was? Denn ich habe es auf den Esstisch gelegt und meine Frau hat es mir weggeschnappt und die liest das jetzt. Das muss ein sehr, sehr gutes Buch sein, das ist wahrscheinlich das beste Buch. Kann sie ja dann mal besprechen als Gastkätzerin, wir brauchen ja mehr Frauenpower hier auch bei uns. Das ist mir nämlich noch nie passiert, dass meine Frau eine von meinen Lesestunts geklaut hat. Du musstest da auf Nummer sicher gehen und Manfred Lütz nehmen, den klaut keiner. Also ich sage es dir nochmal, vielleicht kriege ich es irgendwann wieder zurück. Frauen dürfen mir nicht trauen, mein Ausbruch aus Saudi-Arabien, mein Weg in die Freiheit von Rana Ahmad wird von mir noch schmerzlich vermisst und ich freue mich schon drauf, es lesen zu dürfen, weil meiner Frau gefällt das. Und ich finde das eine sehr spannende Geschichte und es muss mehr von solchen Autoren gelesen werden, die zeigen, wie Frauen sich emanzipieren in muslimischen Ländern. Und weil das nämlich etwas ist, wofür andere Frauen offensichtlich Empathie haben, auch wenn die nicht denselben Hintergrund haben. ist das in Schwarzwald auch schon weiter fortgeschritten als in Saudi-Arabien, weiß nicht wieder die Frauen. Also ich finde, da sollte jeder Empathie für haben. Genau, richtig. Ich hätte ja gerne Empathie gezeigt, ja, aber ich kaufe doch nicht zwei Bücher. Okay, weil es ein wichtiges Anliegen ist, ein gutes Buch, hoffentlich. Wenn wir das jetzt auch, habe ich es auch zweimal erwähnt, damit ich besonders viel Werbung mache. Das ist also die ausgebliebene, das heißt, es ist diesmal nicht, dass der Hund die Hausarbeiten gefressen hat. Also dann, wenn wir jetzt noch Bücher besprechen, die wir nicht besprechen wollen, dann habe ich auch noch was beizutragen, vielleicht für die Hörer, die die Anzeige gesehen haben. So, ich habe gesehen, ein Publikforum hatte beworben für einen Sonderdruck Gottneudenken über die Versöhnung von Glaube und Wissenschaft. Und was ich dem Publikforum zugutehalten muss, ist, dass es keine Abo-Falle ist. Also normal, wenn du irgendwas bestellst, dann schließt der, dann kommt ja früher oder später das Abo, wenn du nicht abbestellst. Das ist hier, also wenn ich nicht verarscht wurde, ist das nicht so, sondern die schicken dir dann zwei Publikforum und dann stoppen die die Belieferung. Das wird ausdrücklich gesagt. Und du kriegst diesen Sonderdruck, habe ich natürlich bestellt. Und ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch gefragt habt, Versöhnung von Glaube und Wissenschaft, verpassen wir da etwas, kann ich euch nur sagen. Die Antwort ist nein. Das ist irgendwie so ein sechsseitiger Artikel. Und Klaus von Stausch wird auch erwähnt. Klaus von Stausch ist ja ein Non-Interventionist. Er meint, es gibt zwar einen Gott, aber der macht sich nicht bemerkbar. Und was dort beschrieben wird, läuft darauf hinaus, dass Leute wie Theologen, wie Klaus von Stausch, die wollen eigentlich nicht mit der Wissenschaft vereinbar machen. Die wollen ihn nur nicht widerlegbar machen. Und dein Ende ist da, dann kannst du halt die Welt Gott nennen. Dann kannst du dir ein Loch in den Bauch freuen. Dann kannst du dich vielleicht noch fragen, was das dann mit dem Christentum zu tun hat. Aber da war ich also sehr enttäuscht. Das ist nur, das interessiert wahrscheinlich noch nicht mal richtige Christen, weil die sich ja halt diesen persönlichen Gott mehr versprechen. Also macht euch keine Gedanken. Und wenn ihr nicht erst am Publikforum interessiert seid, braucht ihr euch das nicht zu bestellen. Ende meiner Durchsage. Gut, kommen wir zum nächsten Buchbesprechung. Und zwar geht es um das Buch von Gottfried Bayvers. Du schreibst dir originell, der Nachname wie B-E-Y-V-E-R-S. Meine Rechtschreibhilfe versucht auch mal da Bayers daraus zu machen, aber heißt Bayvers. Der ist leider im letzten Jahr gestorben. Der Autor war wissenschaftlicher Gutachter und Mitglied des Förderkreises der Giordano-Bruno-Stiftung und hat das Buch geschrieben, Argumente kontra Religion, Werkzeugkasten für Religionskritik. Nun ist es erstens, ist es ein Buch, das ich nicht durchgelesen habe, weil es ein Werkzeugkasten ist. Und ich habe es auch benutzt, denn das Buch besteht aus verschiedenen Kapiteln, wo Argumente gegen Religion gemacht wird. Das ist das, was kommt. Und kommen wir gleich jetzt auf deine Entgegnung von eben. Kapitel 9 steht hier. Wissenschaft und Glaube wie Feuer und Wasser. wird da sehr kompakt und sehr zusammengefasst, was da alles Argumente sind dagegen. Zum Beispiel, ich lese hier nur diese Paragraphüberschriften, Dogmen statt kritischer Prüfung, Neurer gelten in der Religion als Ketzer, in der Wissenschaft als Helden, Religion lebt von Wundern, Wissenschaft und gesunden Zweifel an Wundern, Religion ist starr, Wissenschaft dagegen ein lernendes System und das wird alles mit Absätzen dann eben dargestellt. Und ich hatte den vorhin schon benutzt, als es darum ging, um übelen Geschichten, die in dem alten Neuen Testament gefordert werden. Das ist tatsächlich ein Werkzeugkasten, den ich jetzt in Zukunft beim Ketzer-Podcast immer nebendran liegen lasse, weil ich dadurch sehr schnell und sehr griffig genau die Argumente finde, die wir dann meistens dann zusammengoogeln müssen. Aber das ist wirklich ein sehr praktisches Buch für jemanden, der sehr viel mit, wie hast du das genannt, Religionisten zu tun hat. Ich sage ja immer Religionen, wer sagt denn Religionisten? Ich habe das bei Hossertalk, habe ich das in den Kommentaren gelesen, Religionisten. Einmal war es mir, ich wollte das ja gar nicht benutzen, das Wort Religionen, aber einmal ist es mir halt rausgeholt. Wer also mit religiösen Menschen zu tun hat und immer schnell die Gegenargumente zur Hand haben möchte, ist es dieses kleine, kleine praktische Buch, das im Ali-Briefverlag in Aschaffenburg, wo die Büngstung eine ganze Reihe von anderen interessanten Sachen, ist das wirklich sehr praktisch. Ich meine, gut für uns, Ketzer, ist da jetzt nichts Neues drin. Aber es ist halt ein Werkzeugkasten und man findet halt sehr schnell die Sachen, die man allzu gerne wieder vergisst oder verdrängt hat, in Argumenten. Also wenn du jetzt sagst, kleines Buch, wie umfangreich ist das und was kostet das? Also das ist ein Taschenbuch, das hat 200 Seiten. Das war nicht teuer, also was, 14 Euro. Also, und nur 5 Sterne Kritiken, so wie es aussieht hier bei Amazon, wenn ich gerade da bin. Leider ist es, ich finde, es sollte größere Beachtung finden, denn es ist extrem praktisch, es ist kompakt, was ja auch ein Problem ist, manche Fasen auch daher und das hat genau die Argumente auf den Punkt gebracht. Dann hat man auch eben auch die Stellen, wo dann die grausamen Inhalte sind im Testament oder man hat die Stellen, wo die Widersprüche, da sind unerwiesene Inhalte, also inhaltliche Kritik in der Bibel zum Beispiel. Sicher, ich weiß jetzt nicht, das richtet sich jetzt hier auch gegen christliche Religion. Islam finde ich jetzt hier auf den ersten Blick, 63, können wir mal die Probe aufs Exempel stellen. Islam habe ich, glaube ich, nicht drin gefunden. Da muss man wahrscheinlich auf eine Nähe, leider ist kein Islam dabei. Das wäre auch sehr praktisch gewesen, dass man das eben gleich um die Ohren, den um die Ohren werfen muss. Kannst du mal so ein Beispiel bringen, so zack, zack, wie das dargestellt ist? Also, ich schlage hier mal eine zufällige Seite auf. Wichtige ethische Errungenschaft sind keinesfalls christlichen Ursprungs. So mussten im Gegenteil etwa Kirchen wieder schon erkämpft werden. Und gebetsmühlenartig wird uns von Religionsponsoren, willfährigen und unwissenden Politikern vorgelogen, dass die abendländischen Werte christlichen Ursprungs seien. Ja, gut, ein Ton, der mir, den ich gut finde. Dazu schreibt Karnitschneider, übrigens wird hier alles ordentlich zitiert, man findet das alles in Referenzen, mit einer dreisten unhistorischen Ursupation werden die Werte des philosophischen Humanismus wie Menschenrechte, Menschenwürde, Gleichstellung der Frau, freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit, dem Kernbestand aller Religionen zugerechnet, unter völliger Außerachtlassung der terroristischen und apokalyptisch-messianischen Wahnideen, wie sie in völliger Deutlichkeit in der Offenbarung des Johannes zum Ausdruck kommen. So, dazu einige Beispiele. Dann kommt das Beispiel Demokratie, dann die Formulierung der Menschenrechte durch Perser-König Kyros II. Das ist jetzt eine relativere Liste, die kommt. Die Konzepte der Menschenwürde wurde von Cicero. Ah ja. Und auch bis heute wirkt nachwirkende Grundsätze des Rechtsstammens aus dem vorchristlichen antiken Rom, Abschaffung der Sklaverei, in der Bibel nicht, gefordert, Meinungspresse und Gedankenfreiheit, Papst Leo XIII. Und das geht dann noch einige Punkte weiter. Das ist ein Punkt von A bis P. Und so wird dann quasi das aufgearbeitet und dann das nächste Kapitel wäre, sind bestehende Religionen ein moralisches Vorbild? Auch da wieder Argumente und vor allem Stichworte, wo gezeigt wird, hier sind Beispiele, wo eben kein Vorbild sind und auch nicht funktionieren. Also dann, für mich war jetzt wichtig, aber du hast ja selber auch gesagt, da für uns steht ja nichts Neues drin. Es gibt ja, sagen wir mal, wenn es um Logik geht, wenn du einmal verstanden hast, wie man logisch argumentiert und was es so für Denkfehler gibt, dann hat man das halt parat. Hier ist jetzt aber auch manchmal, warum musst du ja Sachen belegen? Also jetzt beispielsweise die Errungenschaften, sagen wir mal, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo kommen die eigentlich her? Das ist natürlich gut, wenn man da dann hier mal so einen leichten Zugang hat und nicht alles, hat man ja oft dann nicht die Zeit. Man ahnt es zwar irgendwie, aber man hat das vielleicht nicht so parat. Das ist natürlich dann sehr hilfreich. Da muss ich mal zusehen, dass ich mir das auch besorge. Denn ich muss ja jetzt noch diese Hossakristen da, denen noch Rede und Antwort stehen. Und sobald ich auf Richard Dawkins verweise, schreien die ja sofort, Käßmann, Käßmann. Also als Gegenwaffe sozusagen. Die haben ja mehrere gesagt. Wenn ich Richard Dawkins erwähne, dann kommen die sofort mit Käßmann. Also als Abschreckung haben die das gesagt. Das ist natürlich auch sehr abschreckend, muss man sagen. Da kannst du aber auch sagen, dass wir Käßmann ja auch sehr aufmerksam lesen. Das war ja auch so das einende Moment von, glaube ich, den Hossa-Podcastern, deren Hörerschaft und uns, dass wir uns alle einig sind, dass Frau Käßmann nicht ernst zu nehmen ist. Da braucht man so Gemeinsamkeit. Um es nochmal ganz genau zu sagen, die Käßmann ist wohl auch bei diesen Christen wohl wirklich zu Recht verrufen. Also die gilt als schlechte Theologin. Also Frau Käßmann ist zu Recht verrufen. Egal bei wem, würde ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht wird sich manchmal auch, weil sie vielleicht links gilt, je nachdem, wie weit rechts man ist. Aber ja, Frau Käßmann ist einfach, es hat jemand so schön geschrieben, man kann das Theodizie-Problem auch dadurch lösen, dass man es nicht versteht. Das gilt eigentlich für alle theologischen Probleme, die Frau Käßmann behandelt. Ja, Käßmann kann nicht argumentieren, hat keinen klaren Gedankengang und macht ein wildes Assoziationsspiel. Das ist das, was sie macht. Das ist ihre Strategie. Und das kommt bei vielen durch. Das geht bei vielen durch. Weil die einfach nicht erwarten, dass es kommt. Habe ich hier was über Käßmann? Wir sollen eigenen. Ich habe das Buch schon wieder in der Hand. Die Notwendigkeit von Religionskritik. Seite 193. Warum machen wir das überhaupt? Manchmal wird man erstaunt angesprochen, warum man überhaupt zum unfriedlichen Mittel der Religionskritik greift. Hier einige möglichen Antworten. Grundsatz der Kritisierbarkeit. Alle Gedankengebäude, Weltanschauungen, Ideologien dürfen und sollen auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht und kritisiert werden. Es ist kein Grund erkennbar, warum dies bei Religion anders sein sollte. Aber was ist mit religiösen Gefühlen? Was haben Wahrheitsliebe, Erkenntnisdrang, Kirchenprivilegien? Und natürlich, jetzt kommt ein sehr längerer Punkt, Religionen sind schädlich. Oh gut, gut. Verlust der intellektuellen Unabhängigkeit, Vereinnahmung durch religiöse Ideologie, Förderung des irrationalen Denkens mit der Gefahr von Friedeentscheidungen von der Ebene des Individuums bis zur weltpolitischen Bühne. Das ist Käßmann, würde ich sagen. Förderung des irrationalen Denkens. Das trifft genau das, was sie macht. Und ja, das ist einfach toll. Also ich finde, das war kein Lesestunt, sondern das ist jetzt mal eine Toolbox, die wird wahrscheinlich, muss ich gleich ein zweites brauchen, und wird es dann zerflattert, wird immer, wenn ich hier Ketzer-Podcast mache. Aber unsere Leser können sich das auch besorgen und dann mitspielen. Also ich werde es mir auch sofort bestellen, wie gesagt. Oh, das ist mal eine Buchbesprechung, die dazu geführt hat, dass die Auflage sofort steigt. Ich stelle mir gerade Christian vor mit so zwei Holstern, links und rechts, wie so ein Kaubau. In dem einen ist die Bibel der Atheisten mit den Zitaten von Claude Quirny und in dem anderen ist dieser Werkzeugkasten. Das ist auch ein extrem praktisches Buch für uns, muss ich sagen. Vielleicht können wir irgendwann so eine kleine Ketzer-Bibliothek... Wir verreißen ja meistens Bücher, aber es ist ja schön, wenn man dann auch mal so eine kleine Ketzer-Bibliothek hier aufbaut. Es ist ja auch was für die seelische Gesundheit, wenn ich das sagen darf, Seele. Denn man kann nämlich nicht nur Lesestanz machen die ganze Zeit. Vielleicht können wir uns irgendwann mal auch über so Amazon-Links finanzieren. Wenn wir immer nur Bücher schlecht machen, dann funktioniert das ja nicht so gut. Aber wir machen das ja nicht das Geld. Deswegen unsere Leser, Hörer, Hörerinnen und Hörer brauchen sich keine Sorgen zu machen. Vielleicht könnte man das den Amazon-Leuten antragen, dass die so ein Affiliate-Amazon-Link bereitstellen, wo man dafür bezahlt wird, wenn die Leute Bücher nicht kaufen. Das ist übrigens eine Frage, die ich beim... Ich weiß nicht, bin ich noch dran oder willst du was dazwischen schieben? Weil ich habe ja noch ein Buch. Ich weiß nicht, aber gut, dass du jetzt immer vorher fragst. Das wird den Ablauf wesentlich geschmeiniger machen. Ja. Ja, sollen wir gleich über Lützens Buch reden oder... Wie du willst. Wir reden jetzt über das Kanalbuch. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribt, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. Wir sehen uns beim nächsten Mal.